so leute ich möchte euch aufklären wieso keine videos mehr kommen das problem ist meine ps4 die sehr schnell überhitzt wegen der hitze was geht weil es gefühlt 60 grad sind und sobald ich ein spiel spielen will auf ps4 dann wird die ps4 schnell auf 1000 grad heiß aber wenn youtube schau ist alles in ordnung und ihr hört auch dass die sehr laut ist und wenn ich ein spiel starte ja gut dann ist die aus denn die schattet sich und selbst aus weil es einfach nur zu warm ist wenn ich wieder wieder machen kann oder irgendwas dann werde ich euch informieren danke fürs zuhören